Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel Wir müssen Traumato finden, ne? Ich glaube das war so. Ich glaube wir müssen Traumato finden, ja. Um in Azuriz... Nein! Ach komm! Leck mich! Oh, ich hasse sowas! Warum machen die Entwickler das? Wie sollen wir denn da einen Teampartner trainieren? Ah! Ey, ich red mich bei Pokémon mehr auf als bei jedem anderen Spiel, ey. Ne, ich lese das jetzt noch nicht mehr vor, jetzt bin ich sauer. Mann! Ey! Das habe ich bei Mystery Dungeon 1 schon gehasst. Wie soll man denn bitte einen Teampartner trainieren? Denn das Pokémon, das Spiel ist ja darauf ausgelegt, dass man Teampartner haben kann. Wie soll man einen Teampartner dabei haben, wenn man in so viele Dungeons nur alleine reingehen darf oder nur so viele Teile des Spiels nicht mit einem Teampartner machen kann? Die entscheidend sind zum Beispiel. Oh, das ist doch kacke! Das ist doch einfach kompletter Bullshit! Oh, ich hasse sowas! Unwitz, ich hasse es! Mann, so! Ey! Genug aufgeregt! Hoffentlich! Ah, das kann doch nicht wahr sein! Echt jetzt! Bah! Dreckspiel! Ich reg mich für Mystery Dungeon viel zu sehr auf, ne? Ich reg... Ne! Es gibt ja auch so viele Dinge, über die man sich aufregen kann, ey! So viele Dinge, wie die ganzen verkackten Fallen, ganzen Monsterräume, die zu OP sind, wenn man als Team unterwegs ist zum Beispiel. Weil dein Teepartner einfach nichts machen kann, weil der hinter dir steht und du kannst ja meistens nicht mal mehr einen Schritt in den Raum reingehen, weil da Kegner stehen. Das ist total kacke! Alter, wie stark ist dieses Cherox! Oh, danke! Ähm... Ich hab eben, glaub ich, das einmal total ins Mikrofon gepustet. Irgendwas wollte ich noch sagen. Genau, Fallen... Und dass man das Teepartner nicht dabei haben kann, ey! Ah! Ja, ja, Tromato wird sich aufregen, natürlich! Das ist kacke! Das ist kacke! Ah! Geh weg, Belieferus! So, ich werde den ganzen Parten jetzt angepisst sein, ey! Boah! Das ist total scheiße! Das regt übel auf! Mann, geh weg! Ah! Echt nicht! Das kann man nicht bringen! Du hast doch andere Attacken aus Ruckzucki, das weißt du, ne? Danke! Okay, ja! Na, la, la, la! Ne Runde schlafen könnte ich jetzt auch nochmal. Ich bin zwar erst vor zwei Stunden aufgestanden. Nicht mal. Nicht mal. So, kurze Unterbrechung. Äh... Ich hasse Pokémon. Manchmal. So, wo war... Was wollte ich denn ganz sagen? Irgendwas wollte ich sagen. Ja, geh, geh. So. Wie viel Ebene hat der Emüserberg? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hoffe, ich vergesse nicht rauszuschneiden. Dass ich eben gestört wurde. Mein Mikrofon konnte sich... Mein Hotkey wurde nicht mehr aktiviert. Wie es aussieht. Dass ich mein Mikrofon stumm... Blablabla... Stumm schalten soll. Mann. Ähm... Deswegen. Ich hoffe, ich vergesse es nicht rauszuschneiden. Das wäre doof. Sehr, sehr doof. Sehr, 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 sehr doof. Ich hab halt nichts zu erzählen gerade, ey. Nichts zu erzählen. Irgendwie. Geh weg. Alter. Daneben. Ich hasse es. Ey, nee. Aufnahmen werden gestört. Durch alles. Mögliche. Gigastoß. Geh weg. Kein Mensch mag dich. Gigastoß. Doch wahrscheinlich ist die Attacke ziemlich stark, oder? Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Aber ich brauch's nicht. Oh, Mann. Ich komm... Äh, heute ist nicht mein Tag beim Aufnehmen, ey. Eben schon bei... 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 Star Wars. Nee. Das ist nicht mein Tag. Oh, Mann. Eindeutig nicht. So. Zack. E8. Zack. Wow. Vizor ist halt... Wow. Wow. Ich hab nicht erwartet, dass das nach so wenig Damage schon abschreckt. What the fuck? Also, das abschreckt ist ja... Das ist Vizors Fähigkeit. Irgendwie immer. Hab ich das Gefühl. Außer Visenio, ne? Daneben Visenio. Oder nach so wenig Damage. Was? Schon krass. So, erst mal gucken, ob hier... Da ist sogar die Treppe. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Geh weg. Ich muss niesen. Äh, äh. Und ich bin voll gegen das Mikrofon gekommen. Oh, meine Kopfhörer sind halt einfach zu fett. Oh. Ui, ui, ui. Heute ist nicht mein Tag. Hai, ui, ui. Das war Damage. Ne, heute ist nicht mein... Ne. Ich sollte einfach wieder ins Bett gehen und schlafen. Einfach nochmal zwei Stunden pennen. Das wäre, glaube ich... Ne sehr gute Möglichkeit, ja. Nice. Dein Ernst-Track. Oh, wow. In den gleichen Raum. In den gleichen Raum geportet. Supergeil. Sehr gut. Schwundsam. Okay. Poke. Wie viel Poke haben wir eigentlich? 3000. Yo. Wir hätten uns Gigastoss eh nicht kaufen können. Nice. Wie viele Ebenen hat dieser Müsarlberg? Ich will auch mal nur... Das hat uns entdeckt, das Pokémon. Man, ich hasse Pokémon fallen. Das ist doch nicht mehr... Alter. So sehr hasse ich Pokémon fallen. Gott. Danke. Das hat aber lang gedauert. Dragon. Bis du nicht mehr... Gedingst warst. Wir müssen jetzt einfach... Ach. Mann, ich hasse Pokémon fallen. Das ist doch so kacke. Bah. Ich... Ne. Bald kann ich nicht mehr Pokémon aufnehmen, ey. Wie soll das denn erst beim letzten Kampf werden? Das soll der schwerste Kampf in dem ganzen Spiel sein. Wie soll das werden, wenn wir den Kampf haben und ich verkack da die ganze Zeit? Ich werde die ganze Zeit nur ausrasten. Oh Mann, das wird... Ne. Immerhin ist Dragon schon mal Level 49. Wow. Mein Magen knurrt schon wieder. Schön. Was essen muss ich auch noch. Oi, oi, oi. Also im Real Life jetzt sogar. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, leck mir den Jordan, ey. Das ist so nervig. Fallen. Kein Ernst. Ich gehe einen Schritt, dann ist eben eine Falle. Alter, Vater. Das kann nicht wahr sein. Zack, schwundsam. Ach Mensch. Dum, dum, dum. Ah, ah, ahm. Oh, meine Nase ist auch noch zu, ey. Oh, heute ist... Ne, ist nicht mein Tag. Eindeutig nicht. Ich werde gleich, wenn ich mit Nitschke Leute zocken, dann... Nee. Nee. Es wird einfach nicht gut gehen. Es wird einfach nicht gut gehen. Ey. Geh weg. Ha, Attacken gehen auch noch immer daneben. Das ist eindeutig. Nee. Ist nicht gut. Ach, komm. Hast du nicht noch andere Attacken außer Biss? Okay. Das muss weg. Als ob es... Ähm. Irgendwie will ich nicht... ...mehr... ...heute aufnehmen. Ich will nicht mehr. Das ist... Es ist einfach echt nicht meins. Heute. Eindeutig nicht. Geh weg. Oh, Mann. So viele Pokémon, Alter. Und alle... ...will ich nicht bekämpfen. Okay. Wie viele Ebenen... ...müssen wir denn noch? Ich will aus diesem Dungeon raus. Das war doch locker gerade 20.000 Mal getroffen. Ähm. Gigasauger. Geh weg. Mann. Echt nie. Echt nicht. Einfach nur raus aus diesem Dungeon. Einfach nur die Zeit so schnell wie möglich vergehen lassen. Damit ich den Part beenden kann. Ich will heute nicht mehr aufnehmen. Es ist einfach nicht meins. Heute ist... Nee. Ich bin auch gerade nicht so motiviert, diesen Part aufzunehmen. Es ist einfach... Weiß ich nicht. Aber ich brauche ihn halt für morgen und dann... ...muss ich ihn halt aufnehmen, ne? Super. Mühsalberggipfel. Hey. Ist das da drüben nicht Tromato? Ja. Tromato. Hm. Hey. Ihr zwei. Warum seid ihr hergekommen? Ah. Ich... Ja. Meine Finger aus allem rausgehalten. Ja. Ich habe den kriminellen Leben abgeschworen. Äh. Warte. Darum geht es gar nicht, Tromato. Wir sind nicht hier, um dich zu verhaften, Tromato. Aber wir wollten dich treffen. Wir brauchen eine Hilfe, Tromato. Wie oft willst du eigentlich noch Tromato sagen? Ah. Okay. Ich reg mich heute nur auf. Ohne Witz. Äh. Meine Hilfe? Er braucht meine Hilfe. Ja. Erinnerst du dich noch an den kleinen Azuril? Azuril ist in seinem Schlaf gefangen und wacht nicht mehr auf. Ja. Dieser Azuril-Wengel. Niemand weiß, warum er nicht aufwacht. Und dann hörten wir, dass du, Tromato, möglicherweise in Träume eindringen kannst. Darum haben wir dich aufgesucht. Hm. Also, Tromato. Och. Wie stehen die Dinge? Hilfst du uns? Hm. Ich... Ich... Ich habe Azuril einmal etwas Mächtig-Gemeines angetan damals. Ich weiß nicht, ob ich das damit jemals gut machen könnte, aber... Wenn uns Azuril nur ein wenig helfen würde... Ja. Keine Ahnung, wie nützlich ich sein kann, aber... Ich helfe gerne, wenn ihr mich lasst. Nee. Lese ich nicht vor. Er wird mich zur Azuril. Lass uns keine Zeit verlieren. Okay. Hier geht es lang, schnell. Wieso haben die Entwickler so oft diesen... Also, wieso packen sie es so oft da rein? Diesen Namen. Also, dass die Leute, die das Pokémon ansprechen mit diesem Namen. Also, tausendmal. Reicht doch einmal gerade so. Nicht in jedem Satz, bitte. Das ist... Oh. Trägt auf. Es... Nee. Heute ist... Nee. 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 Wie sieht es aus, Tromato? Kannst du irgendwas tun? Ja. Ihr beiden. Ich möchte, dass... Ihr euch... Für eine Erkundung ausrüstet. Wenn ihr bereit seid, schicke ich euch eure Erkundung. In den Traum von Azuril. Äh, was? Das bedeutet... Ihr habt es erraten. Es ist möglicherweise in den Traum von Azuril hineinzugelangen. Ja. Meryl, wir können jetzt dem Rätsel des... Des nicht entwollenden Albtraums auf den Grund gehen. Klasse. Aber ich will, dass ihr ganz besonders vorsichtig seid, wenn ihr mit dem Traum des Kleinen seid. An dem Traum ist irgendwas faul. Ich glaube, da läuft irgendwas verkehrt. Ah. Stimmt das? Okay, wir werden auf der Hut sein. Noch eine Sache. Ich möchte, dass nur ihr beiden... Oh. Nö. 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 Ich bin jetzt. Nö. Nö. Das ist kacke. Das ist echt kacke. Mann. Warum machen die Entwickler das? Man kann Teampartner haben, also Pokémon ins Team aufnehmen, mit denen dann Dungeons erkunden zusammen. Aber das geht dann in manchen Abschnitten des Spiels nicht. Dadurch sind die vom Level her einfach übel behind. Und dann bringt es nichts mehr mit denen in einen Dungeon zu gehen. Das ist doch total der Bullshit. Aufregen. Aufregen, Alter. Mann. Das kann doch nicht sein. Oh. Das ist kacke. Das ist echt kacke. Was ist das? Boah. Ich will nur 5 Sinel werden. 1, 2, 3. 3, 4, 5. Ach mal. Boah. Das ist Kacke. Es ist Kacke. Es ist einfach nur Kacke. Boah. Bei Lebersamen alle mitnehmen. Immer alles mitnehmen. Meine Nase ist auch langsam wieder zu. Ich kriege einen Föhn heute. Ich kriege... Nein, das ist nicht mein... Nein, nicht mein Tag. Einfach nicht mein Tag. So. Zack, zack, zack. Flora-Gummi-Essen. Doki. Yeah. Müder Kämpfer. Was ist das? Müder Kämpfer. Befüllt die Attacke, dass Pokémon einen Gegner tritt, ist ein Schritt von seinem Gegner zurück, um auf das Land zu gehen. Das ist sehr gut. So, auf wen ich verfehle, ist das, glaube ich, ganz gut. So. Link. Muss wir auch gerade erst zum 5000. Zumal wieder machen. Wegen verkackten AP-Fallen. KP-Fallen, AP-Fallen. Keine Ahnung. Aber Leute, wir benden hier den Part. Ich will nicht mehr heute aufnehmen. Das ist... Nee. Nee. Einfach nein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei... Das nächste Mal wieder. Haut da rein. Nein. Boa. Boa.